Musik Ich möchte dir heute den sechsten Band meiner Buchserie Die sieben Feste der Bibel und ihr Geheimnis vorstellen. In diesem Band geht es um Yom Kippur. Yom Kippur ist ein hochinteressanter Festtag. Es ist der höchste Festtag im biblischen Jahreskreislauf. Es ist der Tag der Bedeckung, nämlich der Bedeckung von Sünde und Schuld. Du kennst bestimmt den Begriff Sündenbock oder der Wurt in die Wüste geschickt. Das sind beides Begriffe, die sich auf die Yom Kippur Zeremonie beziehen. Dort gab es nämlich einen Sündenbock und genau der Wurde in die Wüste geschickt. Hochinteressante Thematik. Am Yom Kippur war der einzigste Tag, wo ein sterblicher Mensch in der Stiftshütte oder später im Tempel in die Gegenwart Gottes hineintreten durfte, nämlich der amtierende Hohepriester. Er hatte das Recht, in das Allerheiligste zu treten. Nur ein einziges Mal während des ganzen Jahres. Und es war das entscheidendste Opfer, das wichtigste Opfer, das bedeutendste Opfer, was während des gesamten Jahres passierte. Und deshalb war es von größter Bedeutung, dass das alles wirklich perfekt ablief und es dazu keinen Fehlern kam. Es war ein Tag, der für die Menschen des Alten Testaments absolut entscheidend war. Würde Gott die Sünden vergeben und konnten sie in ein neues Jahr hineingehen? Würde Gott gnädig sein und all die Sünde, die sich über das letzte Jahr angestaut hatte, vergeben? So haben die gedacht. Weißt du, im Neuen Testament können wir lesen, Christus aber ist gekommen als hoher Priester und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das spielt auf die Jom Kippur Zeremonie an. Blut von Böcken und von Kälbern. Es spielt genau auf diese Thematik an und sagt, Christus ist der wahre hohe Priester, der wirklich ins Allerheiligste hineingegangen ist, der wirklich ein vollendetes Opfer dort gebracht hat und nicht nur das, sondern der den Weg freigemacht hat, damit wir auch in das Allerheiligste, das heißt in die Gegenwart Gottes, hineingehen können. Im Tempel bzw. in der Stiftshütte stand im Allerheiligsten die sogenannte Bundeslade. Und die Bundeslade, dort war ein Deckel drauf, der von zwei Cherubim, also zwei Engelwesen, bewacht wurde. Und dieser Deckel, den nannte man den Gnadenthron. Das war der Thron der Gnade. Und genau darum geht es ausführlich im Hebräerbrief. Da heißt es beispielsweise, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das bedeutet, wir dürfen im Geistlichen in das Allerheiligste hineintreten, in die direkte Gegenwart Gottes. Wir sind nicht mehr in der Beschränkung wie im alten Bund, wo einmal im Jahr der eine Mann, nämlich der hohe Priester, hinkommen durfte in Gottes Gegenwart, sondern wir im Neuen Bund dürfen jederzeit voller Freude hinzutreten zu Gott und hineinkommen in seine Gegenwart. Ein interessantes Thema, was noch viel mehr prophetische Bedeutungen und Aspekte hat. Ich lade dich herzlich ein, dir das Buch zu bestellen. Es wird dich segnen, wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigst. Denn die Aussage von Jom Kippur ist, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!